Wie vor einer Woche angekündigt, erleben wir aktuell die schönste Sommerphase des gesamten Sommers 2021 und das mittendrin im September. Ja und gestern gab es auch wieder einen Hitzetag. In Sachsen-Anhalt wurden exakt 30,0 Grad gemessen. Da ist also wirklich ganz schön viel Sommer in unserem September mit dabei. Aktuell gibt es eine kleine Mini-Sommerpause. Ab Sonntag wird es wieder freundlicher. Montag, Dienstag, Mittwoch schon wieder Temperaturen um die 24 bis 29 Grad. Wir kratzen also weiterhin an der 30 Grad Marke. Aber nicht nur bei uns in Mitteleuropa ist mächtig was los beim Wetter. Auch auf dem Atlantik, da ist der Hurricane Larry unterwegs und der zieht später weiter als Sturmtief Richtung Island. Und der könnte damit auch sehr spannend für das Wetter bei uns in Deutschland und Mitteleuropa werden. Und der macht die Wetterprognose für die nächste Woche auch nicht ganz so einfach. Und dann noch der Monster-Taifun Shantou, der zieht Richtung Taiwan und das mit Spitzenböen von 250 bis 300 Kilometer pro Stunde. Das schauen wir uns auch gleich im Wettervideo an. Und nun erstmal der Blick auf die neuen September-Rekorde, denn die vergangene Nacht die prachte Rekordwerte. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Man hat es heute Morgen gemerkt, wer früh unterwegs war um 6 Uhr, um 5 Uhr. Es war heute Morgen ungewöhnlich warm für einen Septembermorgen. Teilweise lagen die Frühwerte über 18 oder gar 19 Grad. In Trier-Zewen, da haben wir heute Morgen 19,2 Grad als tiefste Nachttemperatur gemessen. Und das war damit in Trier die wärmste September-Nacht seit Messbeginn. Ja und der Messbeginn, der war immerhin schon im Jahr 1907 in Trier. In Diepholz haben wir 19,0 Grad gemessen. Auch hier eine rekordwarme September-Nacht seit 1952. Und Hannover 18,3 Grad als tiefstwert heute Morgen. Auch das ein Rekordwert seit Beginn der Aufzeichnung 1936. Ja, dieser September hat wahrscheinlich den ein oder anderen überrascht. Bisher viel Sonnenschein, viel Hochdruck und kein Herbstfeeling. Also ein richtiger Sommermonat in den ersten 8 bis 9 Tagen. Heute ein bisschen wechselhafter, auch morgen. Aber zum Sonntag wird es schon wieder deutlich freundlicher. Das wechselhafte Wetter haben wir heute diesem Tief hier zu verdanken. Das bringt von West nach Ost einzelne Schauer und Gewitter. Und die fallen zum Teil auch richtig kräftig aus. Vor unserer Haustür ist auf dem Atlantik mächtig was los. Der Hurricane Larry ist unterwegs. Der zieht in den nächsten Stunden weiter Richtung Grönland und dann weiter Richtung Island als Sturm- bzw. Orkantief. Und er wird auch unser Wetter in der nächsten Woche beeinflussen. Wahrscheinlich bringt er uns eine Fortsetzung des Spätsommers, des warmen Spätsommers. Und mal gucken, wie es dann auch noch in der zweiten Wochenhälfte weitergeht. Auf der anderen Seite dieser Taifun, dieser Monster-Taifun mit Spitzenböen von bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Der zieht direkt weiter Richtung Taiwan und kommt dann in den nächsten Stunden an. Also auch eine sehr gefährliche Wetterentwicklung. Heftige Niederschläge, schwerer Sturm ist mit dabei. Das sieht nicht wirklich gut aus. Und dazu auch noch ein sehr hoher Wellengang. Also viel los beim Wetter weltweit. Nicht nur bei uns in Mitteleuropa. Und wir schauen uns mal einen Strömungsfilm an. Ja und dieses Tief hier bringt uns heute wie gesagt einzelne Schauer und Gewitter. Aber viele hoch sind schon unterwegs um uns herum. Und die bringen uns den Spätsommer zurück nach Deutschland. Die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Momentan Temperaturen so um die 15, 16 Grad in 1500 Metern Höhe. Aber am Samstag wird es ein bisschen kühler in der Höhe. Die ganz warmen Luftmassen werden verdrängt aus Mitteleuropa und Deutschland. Aber wir sehen es hier richtig kühl wird es nicht werden. Und Herbstfeeling ist schon gar nicht in Sicht. Wir blicken auf die Wetterlage heute Nachmittag. Ein typischer Sommernachmittag. Viele Wolken, teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Vor allen Dingen in der Mitte, aber auch im Norden, später auch im Osten und im Süden. Einzelne Gewitter auch mal mit Starkregen, mit kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Morgen am Samstag auch noch ein bisschen wechselhaft. Vor allen Dingen nach Osten und nach Süden einzelne Schauer und Gewitter. Aber hier aus Westen, da lockern die Wolken zum Samstagnachmittag schon wieder auf. Und da kann man rausgehen und das schöne Wetter genießen und kann den Regenschirm daheim lassen. Am Sonntagnachmittag kaum noch Schauer. Ein Mix aus Sonne und Wolken überwiegend freundlich. Vor allen Dingen hier Richtung Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg. Ein toller Sonntagnachmittag. Sommerliche Temperaturen dort 24 bis 27 Grad. Da kann man tatsächlich wieder den Sprung ins kühle, nass wagen. Und auch der Montag bleibt sehr freundlich. Mit viel Sonnenschein ab und zu ziehen ein paar harmlose Wolkenfelder vorüber. Und wir blicken noch auf den Dienstag. Auch da bestes Sommerwetter bei viel Sonnenschein. Ziehen erst zum Abend hier im Westen ein paar dichtere Wolkenfelder auf. Sie bringen aber keinen Regen bzw. auch keine Schauer oder Gewitter. Der Wettertrend für Gießen in den kommenden Tagen. Auch dort heute einzelne Schauer und Gewitter. Zum Samstag noch ein bisschen wechselhaft. Aber Sonntag, Montag und Dienstag in Gießen auch sehr freundlicher, deutlich wärmer. Wir sehen, die Temperaturkurve geht nach oben. Ab Mittwoch wieder das große Fragezeichen. Wahrscheinlich etwas kühler mit Temperaturen um die 22 Grad. Und wir blicken nach Rosenheim, nach Bayern. Und sehen auch hier heute sommerliches Wetter mit Temperaturen um die 25 Grad. Morgen ein bisschen wechselhafter. Ab Sonntag wieder freundlicher. Und auch hier am Montag, am Dienstag und teilweise am Mittwoch richtig freundlich. Wieder sommerliche Temperaturen von bis zu 26 Grad. Es geht also für die Jahreszeit relativ warm weiter. Wir schauen zum Schluss wie immer auf die Ensemble-Vorsage. Dieses Mal für den Westen des Landes. Und zwar bis zum 26. September. Hier ist die 2 Meter Temperatur. Ja, wir bleiben eigentlich meist so um die 23 bis 25 Grad. Der September-Sommer geht also weiter. Und es gibt auch zwei bis drei trockene Tage nach dem Wochenende mit einzelnen Schauern und Gewittern. Und dann könnte es ab Mittwoch, Donnerstag wieder ein paar Schauer und Gewitter geben. Und zum Schluss noch der Blick nach Norddeutschland. Und auch hier sieht es relativ ähnlich aus. Aktuell heute Temperaturen 25 bis 28 Grad. Also wirklich sommerlich warm. Dann wird es auch hier zum Wochenende vorübergehen. Etwas kühler mit Temperaturen um 20 Grad. Aber nächste Woche steigen auch dort im Norden die Temperaturen wieder Richtung 25 Grad Marke an. Der September-Sommer. Er kommt also auch nach Norddeutschland zurück. Ja, und auf diesem Niveau so um die 20 bis 22, 23 Grad bleiben wir dann auch mal bis zum 26. September. Da ist also kein Herbsteinbruch in Sicht. Kein Herbstfeeling. Und beim Regen nun gut am Wochenende hier und da ein paar kräftige Regenschauer. Dann auch hier im Norden eine Trockenphase von zwei bis drei Tagen. Und dann wieder ganz zaghafte Niederschlagsignale. Aber große Regenmengen sind auch im Norden Deutschlands in den nächsten Tagen erst mal nicht in Sicht. Also spannende Wettertage. Der September-Sommer ist noch lange nicht vorbei. Es wird wieder warm. Vor allen Dingen am Montag, Dienstag und Mittwoch. Teilweise 28, 29 Grad in der Spitze. Heute und vor allen Dingen auch morgen einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Die Probleme werden kommen durch Starkregen. Der kann eng begrenzt regional auch mal zu Überflutungen führen. Aber insgesamt immer noch sehr entspanntes Wetter. Wenn wir vergleichen mit der Wetterlage Richtung Taiwan, diesem Monster-Taifun oder dem Hurricane Larry auf dem Atlantik. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und ein schönes Wochenende.